hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom ls 22 natrisch marschbrück einen wunderschönen mittag mitrufen chef in der letzten folge sind wir beim mädchen stehen geblieben jetzt habe ich schon einmal unseren neuen ladewagen gegönnt 5.000 und der silo ist im letzten video nicht da gewesen er ist noch dazugekommen und sie ist ein fermenter übergroße den hof aber naja der war dabei und ich hoffe das passt so ich rufe es hat euch die letzte folge gefallen und wollte mich nochmal für einen support bedanken vielen vielen lieben dank dafür und schauen wir mal den schau mal mh mh naja das muss man nicht so gut der war so, kann ich ja sein aber ja, dafür was für diesen ja Ja. Ja. Nein, hier ist noch ein Zehnix. Einweist Striegel hier unten. Was wir machen könnten, wir könnten uns den schnappen. Das ist eine Seemaschine. Ah, jetzt habe ich echt schon die Überraschung gesagt. Und zwar habe ich mir da so ein... Na, Herr Kollege, lass uns wieder so einen Feinschneider gekauft. Naja, ist ein bisschen komisch. Oh, naja. Werde schon gehen. Na, muss schon gehen. Okay. 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 Those guy. Okay. 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 zum Ding und holen wir uns das einmal und dann können wir weiter oh oh ich ruf ich freu das Schlüchter also ich beheil den Sound zu gern Dann haben wir den gegönnt und trotzdem genug Gleisung für das was wir jetzt einmal bauen. Wir können ja später noch das machen. Wieder wenn wir dann eh was größeres abbauen. Ja, um mir zu sein, dass es ein Sandkopf geht. Nice. So, da. One, one, one. I like that sound. Ah, look here. What? Some. Ah, this is what it's about. I don't know. What's happening? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Ich weiß nicht, ob ich das so ein Zettel bin. So heute 6 meter das wollte ich noch schauen 6 meter anzahl vorgewählte machen wir zwar hier und dann Ich kann mich über 30.000 Kurs für den Sassouli F5CM Ah, he got any in blue, I don't see him Okay, now I'll do so much thing again Oh, there's a shower And then I'll see you next time F1CM F1CM Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann haben wir gleich. Nein, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Aber das war nicht so gut. 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 Ciao Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.